Wie kann man einen professionellen Podcast mit bestenfalls regelmäßigen Folgen organisieren, planen und dabei den Überblick behalten? Darum geht's in diesem Video. Hallo, mein Name ist Kurt Walschitzki, ich bin Inhaber der Agentur Kurt Creative aus Berlin und wir bieten Produktions-, Beratungs- und Servicedienstleistungen unter anderem in den Bereichen Podcast-Produktion, Audio-Werbung, Telefonansagen und Sprachaufnahmen an. Uns findest du auch auf Instagram, wenn du unseren Insta-Channel noch nicht abonniert hast, dann schau gerne mal at Kurt Creative, lass uns ein Abo da und natürlich sind wir dort auch für euch erreichbar und beantworten eure Fragen. Und so haben wir zum Beispiel eine Frage von der Franzi bekommen, Franzi schaut regelmäßig unsere Videos und sie hat uns geschrieben, ich bin selbstständig und habe nicht unendlich Zeit, vielleicht kannst du mal eine Folge machen, wie man wöchentlich Podcast plant, aufbaut und zeitlich managen kann, danke für deine Nachricht. Und diese Frage von Franzi möchten wir in diesem Video beantworten. Viele von euch stecken vielleicht in einer ähnlichen Situation, ihr habt spannende Interviewgäste schon angefragt oder habt euch zumindest schon mal eine Liste gemacht mit Personen, mit denen ihr gerne sprechen möchtet, die haben aber nur zu unterschiedlichen Terminen Zeit und dann dauert es manchmal eine Weile bis zum Aufnahmetermin oder ihr habt das Interview schon aufgenommen, müsst es zwischendurch aber liegen lassen, weil irgendwas anderes wichtig ist und ihr das Interview erst später schneiden und veröffentlichen könnt. Dann ist natürlich die Frage, wie kann man sowas am besten organisieren? Und eine sehr praktische Methode dafür ist ein sogenanntes Kanban-Board. Die Kanban-Methode, die ist im Projektmanagement sehr, sehr verbreitet und sehr beliebt, weil sie einfach ist und sie ist sehr übersichtlich. Kanban-Boards arbeiten einfach gesagt mit einer großen Tabelle, in der es mehrere Spalten gibt, wobei jede Spalte für eine einzelne Projektphase steht. In diesen einzelnen Spalten kleben dann im einfachsten Fall auf einer großen Tafel zum Beispiel mehrere Post-Its und dabei steht jedes Post-It in eurem Fall für eine Podcast-Folge. Und dieses Post-It kann dann immer weitergeklebt werden von Gast angefragt, über Interview-Termin steht fest, Interview aufgenommen, Interview geschnitten, Podcast veröffentlicht und so weiter. Das könnt ihr natürlich anpassen, wie es für euch am besten passt, aber das ist der grundlegende Ablauf eines Kanban-Boards. Nun sind wir ja mittlerweile in einer sehr digitalen Zeit, deswegen gibt es natürlich auch für Kanban-Boards digitale Tools. Und eins davon möchte ich euch hier mal vorstellen, das ist nämlich das Tool Meister-Task. Mit Meister-Task arbeiten wir auch selber bei uns in der Agentur Code Creative, das ist ähnlich wie das Tool Trello, das kennen vielleicht manche von euch, ist auch ein Kanban-Tool, allerdings finde ich Trello manchmal ein bisschen unübersichtlich, da gibt es unfassbar viele Zusatzfunktionen, die man nicht unbedingt braucht und deswegen habe ich mich für Meister-Task entschieden. Und wie das Programm Meister-Task funktioniert, das zeige ich euch jetzt mal in einem kleinen Screencast. Das Tool Meister-Task gibt es in verschiedenen Versionen, wobei die kostenlose Basis-Version für euch auf jeden Fall ausreichen sollte. In dieser Version könnt ihr bis zu drei Projekte erstellen, das reicht auf jeden Fall für die Zwecke, die wir hier vorhaben, völlig aus, denn wir brauchen theoretisch nur ein einziges Board, also ein einziges Projekt für einen Podcast. Ich habe jetzt mir schon mal einen Account erstellt hier, das ist mein eigener Account und habe hier ein neues Projekt angelegt, das habe ich mal genannt Beispiel-Podcast. So sieht das dann aus. Wir haben hier also die drei Spalten, von denen ich euch erzählt habe, die klassischen Kanban-Spalten und innerhalb dieser Spalten können wir einzelne Karten hin und her schieben. Ich zeige euch mal, wie das aussieht. Wenn ich hier auf das Plus klicke, kann ich eine neue Karte erstellen und kann hier zum Beispiel der Karte den Namen von einem Interviewgast geben. Ich kann schreiben Maxi Mustermann, die ist zum Beispiel bei uns ein spannender Interviewgast, deswegen möchten wir sie für unseren Podcast anfragen. Die drei Phasen, die jetzt hier dargestellt sind, das ist die Standardeinstellung, offen in Arbeit erledigt, aber für unseren Podcast macht es natürlich Sinn, ein paar weitere Spalten zu erstellen. Deswegen benenne ich die erste Spalte erstmal um in Gastideen, so nenne ich das mal. Die Glühbirne passt auch ganz gut als Symbol. Das heißt, da kommen also alle Namenreihen von Gästen, die wir uns gut für den Podcast vorstellen können. Wenn wir irgendwo mal hören, hier gibt es eine interessante Expertin, die irgendwas zu sagen hat zu unserem Thema, dann erstellen wir hier erstmal eine Karte, also da haben wir jetzt hier noch zum Beispiel den Bernd Beispiel, so, der ist jetzt auch noch interessant als Gast und die können wir hier alle sammeln. Die nächste Phase bei unserem Podcast wäre dann Gast angefragt. Das heißt also, wir haben schon eine Mail an den Gast gesendet oder haben den angerufen, wenn wir die Telefonnummer haben und uns erkundigt, ob denn überhaupt Interesse an einem Interview besteht. Das kann man jetzt auch hier farblich ein bisschen verändern. Ich mache das jetzt mal hier auf gelb zum Beispiel, dass wir das immer im Blick behalten und das Symbol kann man hier auch einstellen. Fragezeichen hier, Frage, ob das Interview erwünscht ist, ob der Gast Lust hat, dabei zu sein und wenn wir das gemacht haben, dann können wir die Karte hier rüberziehen. Was es jetzt bei diesen Karten hier noch Interessantes gibt, ist, wenn man auf die Karte draufklickt, hier eine ganze Menge an weiteren Feldern. Wir können jetzt hier zum Beispiel Informationen hinzufügen, also zum Beispiel uns eigene Notizen machen, wie Maxi Mustermann ist eine Expertin im Bereich Podcasts und können uns dann zum Beispiel noch dazu schreiben, wie wir auf sie aufmerksam geworden sind. Nachrichtenartikel auf www.beispielnews.de, dass wir auch immer wissen, wie wir auf sie gestoßen sind und uns dann halt im Zweifelsfall auf diesen Artikel auch beziehen können. Wenn jetzt das Projekt weiter bearbeitet wird, dann haben wir natürlich zum einen die Möglichkeit, die Karte weiter durchzuschieben. Hier wäre jetzt zum Beispiel der nächste logische Schritt, Termin steht fest, also wenn wir wirklich einen festen Termin schon mit dem Gast ausgemacht haben, dann können wir hier die Karte rüberziehen und können jetzt zum Beispiel entweder hier reinschreiben, was weiß ich, 26.9., da findet das Interview statt, das sehen wir dann hier gleich, oder wir können natürlich auch hier einen Kommentar dazu schreiben, zum Beispiel braucht noch ein Mikrofon. So, das ist jetzt hier ein Kommentar und wenn wir uns dann die Karte wieder anschauen, haben wir hier diesen Kommentar, also sehen hier gleich dieses Icon, wissen also, wir können auf die Karte draufklicken, da gibt es noch ein paar weitere Infos und das ist hier zum Beispiel das Mikrofon, was noch offen ist. Ja, und nach dem gleichen Muster kann man jetzt noch weitere Spalten erstellen, zum Beispiel hier, Aufnahme fertig, wenn wir den Podcast aufgenommen haben, dem geben wir jetzt auch nochmal hier so ein schönes rotes Symbol, rot wie der Record-Button und suchen uns hier was passendes raus, was könnte hier gut funktionieren, ja, machen wir mal das hier, wenn wir Remote-Interview haben, WLAN zum Beispiel, so, das passt ganz gut. Heißt also, wenn wir mit der Maxi das Interview aufgenommen haben, können wir die Karte hier auch rüberziehen. Und nach dem gleichen Schema könnt ihr euch für euren Podcast dann mehrere Spalten erstellen und was auch noch ganz interessant ist, wenn ihr jetzt zum Beispiel einen Podcast habt, der co-moderiert wird, noch von einer anderen Person, ihr habt also noch einen Co-Host, dann könnt ihr den oder die auch hier zu diesem Projekt einladen. Ihr könnt dann auf Teilen klicken und könnt dann hier verschiedene Personen hinzufügen, die auch einen Meister-Task-Account haben. und die können dann gleichzeitig mit euch an diesem Projekt arbeiten und können hier auch Karten hin und her schieben. Das ist wirklich eine sehr schöne Sache, um zusammenzuarbeiten, auch im Team, wenn man im Team podcastet und macht wirklich großen Spaß, weil man hier immer einfach eine gute Übersicht hat. Meister-Task gibt es übrigens auch als App fürs Handy, das heißt, ihr müsst nicht immer auf der PC-Oberfläche arbeiten, sondern könnt auch ganz einfach von unterwegs hier mal eine Karte anlegen oder eine Karte hin und her schieben, um euren Podcast zu organisieren. Das ist die einfachste Methode, wie du Interviewgäste und Podcast-Folgen organisieren kannst. Ich bin natürlich sehr gespannt auch auf deine Erfahrungen, also schreib gern mal unten in die Kommentare rein, wie du deine Podcast-Folgen planst. Nutzt du auch ein Kanban-Board? Machst du das vielleicht ganz oldschool mit Zettel und Stift oder hast du einfach alles im Kopf? Solche Menschen gibt es natürlich auch. Das würde mich mal ganz brennend interessieren. Und wenn du Unterstützung wünschst bei der Produktion, Konzeption oder der Realisierung deines Podcasts, dann schau gern mal auf unsere Webseite www.quadcreative.de. Den Link blende ich unten auch nochmal ein. Dort findest du weitere Informationen über unsere Leistungen im Bereich der Podcast-Produktion und kannst uns eine Nachricht zukommen lassen, um gemeinsam darüber zu sprechen, wie wir dich am besten unterstützen können. Und wenn du kein weiteres Video von uns verpassen willst, dann abonniere gerne unseren Kanal und aktiviere die Glocke, damit du immer über neue Videos informiert wirst. Und wir wünschen dir jetzt erst einmal viel Spaß beim Podcasten und sagen bis zum nächsten Video.